Manometer, ey. So. Wieder diese ekelhaften blauen Ey, weg, weg. Hau ab. Oh, Gottes Willen. Kann ich die verschieben? Nee. War ja klar. Was zur Hölle? Na. Ah! Geh, Alec. Hä? Was war denn das jetzt? Ach, komm, du blöder Sack. Oh, ja, nee. Ah, oh. Was zum... Ist denn jetzt hier los? Ja, nee. Oh. So. Na, oh. Oh, endlich, ey. Meine Fresse. Oh, weg. Hau bloß ab, du Penner. So. So, so, so. Oh, Mann. Oh, genau. Zwei brüchige Wände. Ah. Ah, toll. Ihr seht mir überhaupt nicht nett aus. Bam. Ah. Oh, shit. Oh, Gott, danke. Oh, was haben wir denn hier? Dirt. Dirt. Na, immerhin. Du hast die Powerhandschuhe. Ah, okay. Ah, jetzt geht das auch auf einmal. Zack. Dann hoffen wir, dass hier ein paar Herzen für mich drin sind. Naja, eins. Besser als keins. Wenigstens hör das Gebiete rauf. Aha, damit kann ich die grauen Steine verschieben. Äh, Moment. Brauche ich die noch gar nicht, oder? Nö. Nö. Brauche ich gar nicht. Und, ah. Okay. So. Jetzt kann ich hier die Dinger verschieben. Klopp. Eins, zwei, drei. So. Okay. Okay, 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 okay. Oh, ich geht. Was ist denn hier los? Oh. Er steuert direkt. Na, er. Oh. Oh, Mann. Ah. Was zum... Oh, ich hasse diese Viecher, ey. Oh. Oh, danke. So. Ah. Ah, eine Truhe. Und da ist ein Schlüssel. Was werden wir wohl damit aufmachen? Hm. Tja. Und ich habe meinen Drang schon versch... Hauen, ey. Mannometer. Was ist denn hier schon wieder los? Oh, jawohl. Oh, Gott. Geht... Ja. Alle weg von mir, ey. Komm schon, du Digga. Komm schon, du Digga. Oh, nee. So. Oh. Oh, fuck. Oh. Komm runter, du Digga. Oh, Gott. So, und jetzt? Muss ich jetzt irgendwo runterplumpsen oder was? Ja, muss ich tatsächlich. Und ich hoffe mal, dass... Oh, scheiße. Ich bin gleich tot. Na, geh weg. Och, gib mir doch einer ein Herz. Oder eine Fee. Nio, 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 nio. Toll. Ja. Bitte. Na gut. Neuer Versuch. Oh. Oh, Mann. Geh weg. Mann, du Meter, ey. Können wir auch gleich mal hier lang gehen. So. 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 Und so. Und so. So. Was gibt's denn hier? Oh. Hervorragend. Was ist denn hier drin? Geld. Was ich alles nicht gebrauchen kann. Na gut. Hm. Okay. Oh, cool. Mit Stein. Okay, okay, okay. Weiter geht's. Nee. Nee. Weg. Die roten sind okay. Die brauchen nur drei Schläge. Okay. Oh, hier kann ich ja auch noch lang. Was war denn das für ein komischer Bock? Ah. Hervorragend. Weg. 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 So, genau. Perfekt. Okay. Was ist denn das? Das ist eine Brücke. Gewand. So. 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 Hehehe. Bitte bring mich zu einem Schlüssel. Bäm! Massenvernichtung! Und keiner von euch Pennern gibt mir ein Herz. Das gibt's doch nicht. Ah. Ech. So. Tod, stirb! Was zum Henker? Ah, da. Ah, da ist der Schlüssel hervorrund. Gut. Zack und zack und zack. So, Bäm! Was zum Henker? Tada! Der große Schlüssel! Aua! Und euch lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Ihr seid mir völlig egal. So, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Gehen wir einfach mal zurück. Und das war blöd. Das war sogar... Das war sehr intelligent schon wieder. Äh, zack. Zack und so. So. So! Ah, geh weg. Ah, ein Herz hervorragend. So, jetzt muss ich nur noch mal... Ich habe noch gar kein Schloss gesehen mit dem großen Schlüssel. Höh. Ah, ah. Na, hier ist sie, ist es richtig. Ah, wunderbar. So, wohin jetzt? Da komme ich dann irgendwo hin. Da war ja nur der Schlüssel und dann gab's... Konnte ich hier runter. Ja, gehen wir einfach nochmal ein bisschen hier lang, ne? Na. Ah, noch ein Herz hervorragend. Bäm. 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 So. Ja, genau. Ne, ne. Ah, noch ein Herz. Äh, jetzt kriege ich's, ey. Wo ich's denn nicht so wirklich brauche. Aua. So. Bäm. 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 Lass mich auch noch treffen von dem da. Manometer. Ah, ja, genau. Hier könnte ich doch runtergehen. So. Ah. Ah, geht weg. So. Haha. Na, geht. Lasst mich doch... Oh Gott. So, genau. Ah, ich muss hier runterfallen. Okay. So. Was? Bist du nicht aus dem ersten Teil? Ah. So. Oh Gott. Ich glaub, du bist aus dem ersten. So. Ah. Geht alle weg. Und wie viel ziehst du mehr? Na, toll. Äh. Geh alle weg. So. Hehe. Äh. So. Dö, dö. Ah. 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 Dö, 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 dö. Bäm. Und jetzt auch noch dich? Bäm. Juhu. Dö, 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 dö. Ich glaube, du warst aus dem ersten Teil. Und du warst eklig. Aber ich habe dich besiegt, besiegt, besiegt. Juhu. Bäm. Dungeon Nummer 5. Jawohl. Dö, 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 dö. Okay. Hervorragend. So. Ach, Quatsch. Great job, Link. Du hast das Stück Nummer 5. Ich habe gute Nachrichten. Das nächste Triforce-Stück ist gleich nahe bei dir. Es klingt von den nordwestlichen Ruinen. Du solltest nun in der Lage sein, die Steine zu verrücken. Egal. Der Weg zum Triforce ist blockiert. Du brauchst einen Schlüssel, um durchzukommen. Es sollte nicht weit weg vom Schloss sein. Viel Glück, Link. Okay. Ja. Okay, 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 okay. Okay. Weg. Und wir machen auch gleich weiter. Aber nicht hier. Weg. 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 So. Ich glaube, es war hier oben. War es das? Nee. Aber ich glaube, das war auch irgendwas. Ich weiß nicht. Weg. Ah. Die Monster sind verschwunden. Ah. Ah, ja, genau. Damit kann ich jetzt hier zu allen möglichen Sachen durch mich teleportieren. Und hier kann ich immer noch nicht lang. So, da komm ich da raus. Und hier? Hier komm ich da raus. Ich glaub, da oben war aber eine Höhle. Und du gehst weg. Ah, Pfeile hervorrund. So. Ach, kommt schon, Link. Lauf war hier. Ein Sekund. Hab ich das übersehen? Nein, hab ich nicht. Au! Ach, weg. Ach, leck mich doch am Arsch. So, was gibt es denn hier? Oh, was ist das? Ah, mehr Bomben. Dankeschön, du Sack. Dafür ziehst du mir meine ganzen Rubine ab. Bam. Na. Hau ab. Geht alle weg. Och. So, okay. Mehr Bomben. Jetzt hätte ich schon fast gesagt, mehr Bomben heißt mehr Bomben heißt mehr Bomben. Aber ich bin ja nicht der gute F... Ah. Ich bin ja nicht der gute Funk. Och. Welcher geht denn hier auf? Na also. Jeb. Ja. Ich bin ja nicht der... Vielen Dank.